was nix ja die weiß ich nicht für was man dem braucht und wenn dann müssen wir uns holen und später schuldig das mutter die können wir noch nicht das kommt dann halt immer so das inventar wir haben wasser ok ok und noch so eine hütte müssen noch irgendein rucksack ich glaube in dem anderen rucksack wo noch ein bisschen platz ich weiß es aber nicht so genau müssen wir mal gucken oder mal den den schmeißen wir raus ja so viel platz der ist vom gewicht her überladen der ist auch vom gewicht an der grenze aber könnte man das zeug noch reinpacken die batterie noch nicht rein wunderbar die batterien raus gibt es doch jetzt nicht einfach noch mit reinkriegen halt also hier können wir doch noch wenigstens eine batterie rein genau genau da rein gehen wir das buch noch da rein gehen wir doch die batterie rein passt so die haben wir da wegschmissen also hier kann ich gleich wieder zombies angewatschelt kommen probiert so so nicht noch etwas ins auto schmeißen das zeug das zeug das noch aus jetzt ist voll den dahin was mit Ja. Da sollte doch noch was reinpassen. Das wäre eh eine Flasche. Ja, ne. Dann haben wir die ganzen Seats. Nehmen wir erstmal mit. Ja, ja. Ich höre dich schon. Das ist schön ein mitgegeben, dieser. Das ist nix. Okay. Ich glaube, wir sollten nach Hause fahren. Aber nicht, bevor wir hier reingeguckt haben. Gibt das nix. Können wir natürlich nicht mit dem. Aber wir haben erstmal Sprit. So, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind hier oben. Hey. Da müssen wir da rüber. Rechts, links, rechts. Okay. Okay. Wir haben leider keinen Platz mehr. Schön langsam. Genau. Äh, überleben. Und eine Nase, dann kommt nur hole. Quasi wie bei Seven Days. Äh, ja. Sehr schön. Einmal falsche Richtung. Wie ist ausbauen. Äh, bin ich da gerade von da gekommen. Äh, bin ich da gerade von da gekommen. quasi links links die straße hoch hier müssen wir alle rucksäcke da lassen ich glaube da gibt es rucksäcke ja der war das alles klar wir waren gerade durch was ja bei das hast du ja ein ziel so quasi halbwegs polizei ist wieder ganz schön was los heute das kennen wir ja schon weil er muss sich ja weiterentwickeln damit weiter machen kannst so forschen und zwischendurch mal tour machen die glückers finsten auto eigentlich müsste man auf dem richtigen weg sein ja genau so schön langsam es geschafft ohne zu sterben ich glaube es ja nicht so das heißt wir müssen die ganzen campers machen das war aber noch kurzen pause kaffee weg bringt damit platz ist für kaffee und dann sage ich bis gleich die große aufräumt waren so dass wir könnten noch etwas anpflanzen für den haben wir jetzt auch was keine ahnung was am gescheitsten obwohl die kohle kann hier rein so haben wir eh keine kohle mehr drin gehen wir eigentlich schon elektrisch was bauen ein paar einfache teile wieder kabel elektrische komponenten und der junge hier rein natürlich auf der anderen seite plastik ne plastik war hier weil wir haben ja zeug haben wir ja schon genug munition die rein ich wollte mal gucken ist das eigentlich ist das ein hand oder ist das 218 35 macht auch 35 bringt uns nichts kein schalldämpfer macht 50 so zwei hand wir haben noch es machten die 25 35 so der ist leer ist nicht leer zement hinten mal gucken ob wir schon solarzellen bauen können oder den raus oder den raus den raus spitzherkennen äh spitzherkennen extra wegzeug verkauf die welchen hier nehmen wechselrichter und irgendwo da werkzeugkästen müsste auch voll sein hä werkzeugkästen ok da mit rein elektrik halt da hinten keine ahnung was mit dem zurück anstellen aber wir haben es so das raus da kommt ok so so motoren plastik noch mehr plastik juni rein korne einfach teiler sollten wir langsam mal was bauen sparit ist auf der anderen seite sparit so dann haben wir hier noch zementen mal ja nicht so hey halt diesmal mal gleich da rein machen wir noch eine einfache teile empfindliche teile elektronische teile elektronische teile werkzeug batterien auch mit dabei das ist ist der da ist der da ist der da ist probieren wir mal, ob wir den elektrischen Ofen schon bauen können Okay, das ist raus. Das da rein. Der ist leer. Jetzt ein M-E-System, das wär geil. Ach du Scheiße. Ja, hilft nix. War nicht. Darum müssen wir hin.